Ja, ja, Mrs. Cavendish, es ist alles okay. Wir fahren dann am Samstag hier weg und werden dann am Montag in London, ja. Wie immer mit dem Schiff. Oh, ich könnte ein gutes Dutzend mitbringen, aber vielleicht gäbe das Schwierigkeiten auf dem Transport. Und vielleicht so acht oder neun. Ihre Interessenten drängeln. Auf einem Tag kommt es ja wohl nicht mehr an. Na, sollen sich die Herrschaften gedulden? Ach, übrigens, Mrs. Cavendish, die Sache mit den Passbehörden, die habe ich in Ordnung gebracht. Ich habe da einen Weg gefunden.